Guten Morgen, herzlich willkommen zum Luratech Webinar Smart to Scan Apps, Geschäftsprozesse beginnen auf dem Smartphone. Ich möchte mich für die, die mich nicht kennen, nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Carsten Heiermann, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Luratech und beschäftige mich als solches auch gerade mit unseren neuen Produkten hier bei der Luratech rund um das, was wir Mobile PDF nennen. Da gehen wir sicherlich im Einzelnen nochmal kurz drauf ein und ich werde das dann nochmal vorstellen. Ich habe für heute hier ein bisschen eine Präsentation vorbereitet, die über die bisherigen Webinare aus dem Mobile PDF Bereich hinausgeht. Wir haben uns bisher ja schon mal die Produkte und die Apps angeguckt, auch zum Marktstart und da will ich nur ein kurzes Update geben, was sich seitdem entwickelt hat, seit dem letzten Webinar möchte ich dann aber eigentlich sprechen über Anwendungsszenarien mehr. Das heißt, genau wie die Überschrift suggeriert, viele Geschäftsprozesse beginnen ja mit einem Dokument und ein Dokument wird irgendwo erzeugt, ein Dokument wird irgendwo hin übertragen, wird verarbeitet und stößt auf diese Weise einen Geschäftsprozess ab. An manchmal sogar soweit, dass dann ein Ergebnis nochmal präsentiert wird, vielleicht etwas abgezeichnet oder freigegeben wird und einen solchen Geschäftsprozess auch möglicherweise wieder beenden kann. Geschäftsprozesse dieser Art sind vielfältig. Wenn man an Unternehmen von mir aus im B2C Bereich denkt, da gibt es Kunden, die bei ihrer Versicherung einen Antrag stellen, da gibt es Kunden, die zu ihrer Behörde eine Einreichung machen müssen, da gibt es auch unternehmensintern viele Anwendungen. Das beliebte Beispiel ist immer der Außendienstmitarbeiter, der möglichst ja gar nicht ins Büro kommt, sondern draußen bei den Kunden unterwegs ist und dann irgendwo seine Reisekostenabrechnung samt aller Belege aber doch irgendwo auf die Reise bringen muss ins Unternehmen, um die Abrechnung zu starten. Das sind alles so Beispiele und da gibt es noch sehr viele mehr für Geschäftsprozesse, die irgendwo auf einem Smartphone starten können, die irgendwo mit einem Beleg zu tun haben und natürlich in unserem speziellen Fall hier, die mit einem Beleg zu tun haben, der eingescannt wird und der eingereicht wird und darüber ebenso ein Geschäftsprozess startet. Ja, was das im Einzelnen bedeuten kann und wie auch eine Verbindung zwischen einer ja ganz normalen Scan-App, die ich dann Smart nenne, in eine Unternehmens-IT zum Anstoßen der Geschäftsprozesse entsprechend, wie das funktionieren kann, das werden wir uns im Laufe des Webinars hier erarbeiten. Ich versuche das Ganze auf 45 Minuten zu beschränken, habe heute nur ein kleines Setup hier dabei und keinen zweiten Screen für Fragen, deshalb fragen Sie aber bitte trotzdem. Dazu nutzen Sie einfach das Textfeld, in dem Sie Fragen eintippen können während des Vortrags, immer wenn es Ihnen in den Sinn kommt, ganz gerne. Ich werde aber heute auf dem Mund meines beschränkten Setups hier nur in der Lage sein, die am Ende des Webinars dann alle nochmal in einer Art Liste aufzugreifen und zu beantworten. Das will ich aber auf jeden Fall natürlich gerne tun, damit Sie hier auch den besten Erkenntnisgewinn aus dem Webinar ziehen können. So, Vorrede genug. Herzlich willkommen zum Luratech-Webinar Smart Scan-Apps. Geschäftsprozesse beginnen auf dem Smartphone. Ja, wie angedeutet, ein kurzes Update seit dem letzten Webinar. Viele Teilnehmer, die heute da sind, sind ja auch in den letzten beiden Webinaren, oder waren sogar drei Webinaren bereits gewesen. Seit dem letzten Mal, als wir uns getroffen haben, habe ich extra nochmal nachgesehen. Es ist dazugekommen, neben den schon bereits vorgeführten Vertretern der Mobile-PDF-Familie aus dem iOS-Bereich, haben wir nun auch seit einiger Zeit schon, muss man sagen, die Mobile-PDF-Familie unter Android vollständig verfügbar und released. Das betrifft also die teilweise ja schon bekannten Produkte. Einmal die PDF-Scanner-App, die würde ich auch gleich nochmal ganz kurz zeigen unter Android, weil wir da ein anderes Nutzerkonzept haben. Das betrifft das Mobile-PDF-Compression-SDK, das betrifft das App-Framework-SDK und damit es auch richtig sinnvoll ist, haben wir natürlich auch unter Android für die SDK-Produkte die entsprechenden Xamarin-Bindings jetzt verfügbar, dass sie auch so Universal-App-Deployment tun können mit unseren iOS- und Android-SDKs in ihrer App-Entwicklung. Wie gerade angedeutet, neue Nutzerführungen haben wir in der Android-App umgesetzt. Die sieht also heute vom Ablauf her etwas anders aus als die, den meisten bekannte iOS-App. Das Ziel dabei ist und war, immer wieder Klicks zu minimieren in ihrer nötigen Anzahl. Das bedeutet, schneller zum Ergebnis zu kommen, weniger Verschachtelungstiefe, weniger Ebenen. Im Grunde genommen einfach sehr viel schneller, ein Dokument mehrseitig oder einseitig aufzunehmen, zu bearbeiten, abzuspeichern im Zielformat und zur Verfügung zu stellen mit möglichst wenig Klicks. Und das sieht man in der Android-App schon und unter iOS wird das auch als Update, wahrscheinlich einer Version 2.0 unter iOS, nochmal folgen irgendwo in diesem Jahr. Wir haben darüber hinaus viele Dinge gemacht, die zunächst mal nach außen hin nicht so sichtbar sind. Das heißt, vor allem in der Stabilität sehr viel Verbesserungen erzeugt. Wir haben inzwischen Analyse-Tools drin, die uns erlauben zu sehen, ob mal irgendwo irgendwas abgestürzt ist oder sonstige Dinge. Da sind wir sehr viel weitergekommen. Das ist heute ein durchaus robustes Produkt, was wir da anbieten können, und zwar in allen Ausprägungen über die SDKs bis hin zur App. Wir haben auch im Imaging-Bereich, das ist ja so unser angestammter Bereich, weiterer Verbesserungen, mach die mal gleich mal kurz drauf ein, und so kleinere Features gemacht. Man kann den TIF-Gruppe 4, Schwarz-Weiß-Layer, das wissen viele von Ihnen, die das schon lange betreiben mit unserer Kompression, nun inzwischen auch separat ausgeben aus den SDKs heraus, um damit zu versuchen, die OCR-Erkennungsrate führen, die Nachverarbeitung dann auch entsprechend hochzutreiben. Das sind so kleinere Features, die natürlich so aus Projekten heraus und durch Kundenwünsche dazugekommen sind. Und woran arbeiten wir gerade aktuell? Gerade aktuell haben wir nochmal einen größeren Durchgang mit einigem Aufwand in den Labs sozusagen. Da wird gearbeitet an Updates, all der Filter letztendlich, um eine noch genauere Erkennung des Bildes im Kamerafenster zu ermöglichen, um noch schneller eine Aufnahme auslösen zu können, um aber natürlich auch noch mehr zu filtern im Hinblick auf konstante, sehr gute Bildqualität unter allen verschiedenen Licht- und sonstigen Verhältnissen, was man da so haben kann. Wir wollen ja, dass Sie sich mit dem Document Imaging nicht beschäftigen müssen, wenn Sie Document Imaging, also Scanning, aber letztendlich doch in eine Ihrer bestehenden Apps hinzufügen oder selber eine smarte Scan-App herausbringen wollen, als zum Beispiel Vertreter eines Unternehmens im B2C-Bereich für Ihre Kunden Belegeinreichung anbieten wollen oder für Ihre Außendienstgruppe entsprechend und so weiter. Dann wollen wir ja, dass Sie das schnell und einfach tun können, ohne dass Sie sich mit Document Imaging tatsächlich für die auskennen müssen. Und insofern arbeiten wir natürlich daran, so unter möglichst jeder Bedingung immer die optimale Bildqualität automatisch zu erzeugen mit unseren zugrunde liegenden Filtern und unserem Document Imaging Know-how. Ich habe es schon mal angedeutet, bis zum Jahresende wird dann auch nochmal irgendwo, oder sagen wir mal so, wenn wir durch sind mit dem großen Bildverbesserungspaket hier, werden wir uns dann auch nochmal mit dem Update der iOS App im Hinblick auf die vereinfachte Benutzerführung beschäftigen. Ja, vielleicht ist das schon ein guter Punkt, um einfach nochmal einen ganz kurzen Blick zu werfen auf die Android-App. Nur so zum Warmwerden vielleicht für zwei Minütchen. Ich habe hier eine Ansicht auf den Bildschirm eines Android-Phones, was hier auf dem Tisch liegt. Das ist schon ein Samsung Galaxy Phone, das ist nichts Besonderes in dem Sinne. Und ich habe hier unten links in der Ecke, sehen Sie es, da ist der PDF-Scanner installiert. Das ist ja unsere Ausprägung. Das ist die App sozusagen, die kostenlos weiterhin im App Store verfügbar ist. Können Sie sich einfach runterladen. Und die jetzt eben unter Android natürlich ein bisschen anders aussieht. Sie sehen natürlich, die Ikonografie ist natürlich etwas anders als unter iOS. Das ist für mich als eingefleischter iOS-Nutzer natürlich vielleicht viel bemerkenswerter als für den einen oder anderen Android-Nutzer. Die Benutzerführung ist aber auch etwas anders und da wird es eigentlich spannend. Denn wenn Sie hier ein neues Dokument aufnehmen, und das machen wir jetzt einfach mal hier live, dann sehen Sie das Dokument im Kamerafenster. Sie sehen die Benutzerführung. Man muss näher heran. Das wird da jetzt eingeblendet, damit wir eine vernünftige Auflösung des Beleges auch wirklich automatisch erzeugen können. Und das mache ich jetzt auch mal. Das ist immer einfacher, wenn ich dabei auf das Smartphone gucke und nicht auf den Bildschirm hier. Und dann heißt es ruhig halten. Das wird ausgelöst. Und jetzt sehen Sie, dass Sie sofort eine Voransicht bekommen, die Sie hier entweder sofort verwerfen können, weil es nicht gut geworden ist, die sonst nach Zeitablauf, und das genau ist jetzt passiert, in die Dokumentenliste übernommen wird, oder die Sie auch sofort per Knopfdruck, also per Häkchen dort auf der linken Seite an dem Vorschaubild in die Vorschau übernehmen können. Und dann können Sie ganz schnell in die Vorschau gehen und oben in der Ecke, ich zeige es mir hier mit der Maus, oben in der Ecke sofort als PDF abspeichern, ohne irgendeinen weiteren Knopfdruck. Natürlich können Sie hier jetzt auch die von iOS ja schon bekannten Funktionen ausüben, dass Sie hier entsprechend bearbeiten. Das heißt, Sie können diese Seite antippen und dann geht sie auf und Sie haben unten in diesem Overlay die typischen, die kennen Sie schon, die Filteroperatoren, wenn Sie mal etwas anders haben wollen, als wir das jetzt hier im Default vorgeschlagen haben. Ich sehe es gerade zum Beispiel hier, hat eine Schattenkante zugeschlagen. Das kommt natürlich immer mal vor. Man sieht auf der rechten Seite, da ist ein bisschen Tisch mit aufgenommen worden. Das kann man jetzt hier manuell nachkorrigieren zum Beispiel und übernehmen. Das sind so die typischen Bearbeitungsfunktionen. Aber wenn Sie, das soll ja nicht der Standardfall sein, Sie fotografieren so ein, also Sie scannen so ein Dokument durch, Seite für Seite, sehen das Vorschaubild immer kurz, es rutscht unten rein. Sie können in der Kamera ableiben und eine Seite nach der anderen scannen und dann einfach hier oben rechts in der Ecke das als PDF speichern, den Knopf drücken, fertig und haben es dann in der Liste. Die Reflektor oder wie diese Mobi-Send-App, die hier ist, die klaut uns ein bisschen Ressourcen, deshalb dauert das etwas länger. Unter normalen Umständen läuft das etwa genauso schnell wie auf einem iOS-Gerät. Das haben wir ja auch in den vergangenen Webinaren schon gesehen, dass das durchaus sehr schnell ist. Weiterhin bleibt es dabei, wir haben diese Dokumentenliste und weiterhin bleibt es dabei, und das ist eine Besonderheit, dass Sie bestehende Dokumente nochmal antippen können. Das habe ich jetzt mit dem gerade erstellten ersten Dokument nochmal gemacht, und wir können weiterhin diese Seiten, die kommen hier in so ein Preview, wir können die weiterhin bearbeiten. Da haben wir hier diesen Edit-Button, und ich kann jetzt auch im Nachhinein nochmal eine bestehende Datei bearbeiten. Das ist ja ein bisschen die Besonderheit auch gewesen, dass wir da eine Menge mehr PDF-Werkzeuge und PDF-Know-how und so weiter eingebracht haben, als viele andere einfachere Scanner-Apps das so haben. In dem Sinne, das ist hier mit drin, und das können Sie natürlich auch verwenden, und hier haben wir die typischen Sharing-Funktionen und alles, was dazugehört. Ja, vielleicht das nur als kurzer erster Eindruck. Ich will jetzt keine App-Vorführung machen. Heute geht es ja ein bisschen um ein weitergehendes Thema. Das aber vielleicht als Update. Ja, nochmal der Überblick hier über die Produktfamilie. Das ist jetzt auch so langsam die Überleitung dahingehend, darüber zu sprechen, smarte Scan-Apps zu bauen, denn das tun Sie erstmal nicht, indem Sie unseren Nobatech-PDF-Scanner, nämlich die App, die ich gerade gezeigt habe für iOS oder Android, runterladen, und dann ist es fertig. Das können Sie natürlich machen. Ich wünsche Ihnen auch viel Spaß dabei. Ich mache das selber, beruflich und privat zum Beispiel, andauern. Es gibt immer einen Beleg, der gerade digitalisiert werden will. Die App kostet nichts. Die App macht hochkomprimierte PDF- und PDF-A-Dateien, konkret als Ausgabeformat. Was will man mehr in dem Sinne? Kostet auch nichts. Kann man runterladen, sowohl im Apple App Store als auch auf dem Google Play Store verfügbar. Ja, probieren Sie es aus. Viel Spaß damit. Ernst wird es dann aber natürlich für uns alle hier erst, wenn es darum geht, in unseren Unternehmen eine echte Funktion zur Verfügung zu stellen. Also zum Beispiel eine Scan-App tatsächlich selbst anzubieten oder eine bestehende App, die man jetzt vielleicht hat, aus Werbegründen heraus möglicherweise oder für andere kleinere Kunden-Engagement, also für kleinere Kunden-Motivationsthematiken und so weiter und so fort, hier jetzt sozusagen den Schritt nach vorne zu gehen und zu sagen, ja, warum sollen wir denn nicht einfach diese Situation, dass Belege ohnehin per Smartphone gescannt und uns per E-Mail geschickt werden mit den möglichsten Qualitäten, wieso sollen wir diese Situation nicht einfach so weit umdrehen, dass wir sagen, wir bieten eine App an oder eine Erweiterung unserer bestehenden Apps an, um eine Scan-Funktionalität, die smart ist, die top funktioniert, die sicherstellt an der Quelle, dass die Bildqualität stimmt und die dann auch ein modernes Image erlaubt, was da heißt, wir bieten unseren Kunden jetzt an, ihre Belege elektronisch bei uns einzureichen. Natürlich mit dem Ziel, erstens gut dazustehen, das macht einfach einen guten Eindruck im Bereich der Kunden, zweitens aber natürlich auch mit dem Ziel sicherzustellen, an der Quelle unter Kontrolle zu bekommen, dass Images so aufgenommen werden mit den Smartphones, dass meine automatischen Systeme, Capture-Strecken und so weiter und so fort, die auch verarbeiten können, dass die Qualität gut genug ist für eine automatische Lesung, für eine automatische Klassifikation und was man so alles im Unternehmen macht mit den Eingangsbelegen, die heute auf dem 100.000-Euro-Scanner gescannt werden. Ja, das Mobile Compression SDK, das können Sie, das geht noch nicht ganz so weit, das ist das SDK, mit dem Sie, wenn Sie selber schon eine Scan-App gebaut haben tatsächlich und da schon sehr weit gekommen sind und jetzt hinzufügen wollen, dass Sie hochkomprimierte PDF- und PDF-A-Dateien erzeugen, dann können Sie einfach schlicht und ergreifend das Mobile Compression SDK haben. Das macht hier diese berühmte Luratech-MAC-3-Layer-Kompression, führt das auch in Ihrer App aus, kann PDF-A unterstützen, hat eine Schnittstelle zu OCR-Software, dass Sie auch durch Suchbare dann PDF und PDF-As hochkomprimiert generieren können. Das schont dann in erster Linie erstmal so diese Download-Volumina, diese Download-Volumen-Beschränkung, die die Kunden natürlich alle haben. Die haben wir alle, wir haben ganz viel Glück, haben 5 Gigabyte, die meisten haben 1 Gigabyte, manche haben 200, 300 Megabyte im Monat und wenn ich nun etwas anbiete meinem Kunden gegenüber, du kannst deine Belege elektronisch einreichen und nach der zweiten oder dritten Einreichung hat er sein Datenvolumen im Monat aufgebraucht, dann wird das nicht so gut ankommen. Also das gegenüber das Mobile Compression SDK ist ein ganz einfacher Fall. Das geht auch super schnell, wenn Sie das tun wollen. Das ist eine vereinfachte Schnittstelle dazu, aber auch darauf will ich nicht hinaus, sondern ich will darauf hinaus zu sagen, Scan-Apps bauen oder Scan-Funktionalität hinzufügen und das auf eine Art und Weise, ich deutete es schon mal an, bei dem ich mich jetzt nicht intensiv damit beschäftigen muss, wie kriege ich denn das und jenes hin, wie kriege ich diesen und jenen Filter hin, dass die Bilder dann auch eine vernünftige Qualität haben, sondern in einer Art Rapid Development, all things considered, habe ich das immer mal genannt, eine Scan-App oder Scan-Funktionalität hinzufügen mit ein paar wenigen Manntagen und dann funktioniert das genauso gut, wie es in unserer eigenen App dann funktioniert und dann auch vor allem immer besser, denn so wie wir das weiter verbessern, wir sind für uns das Kerngeschäft, das Document Imaging, immer weiter zu verbessern, so wird sich dann auch Ihre App mit jedem Update entsprechend verbessern können. Schauen Sie nach meinem Web, da gibt es natürlich weitergehende Informationen und auch die Links in die App-Stores, um dann die Ausprägung der App mal runterzuladen und auszuprobieren. Ja, Compression SDK, ich habe es schon gesagt, ich muss nur mal kurz zwei Sachen ergänzen, das ist Multithreading-fähig, das macht Parallelverarbeitung, das macht PDF-A2U, wenn man will, das ist ja für uns die empfohlene PDF-A-Variante für gescannte Dokumente, kann aber auch alles andere einstellen und alles, was Sie so kennen von unseren Standard-PC-SDKs, auch im Hinblick auf PDF-Bearbeitung und Seitenverschieben und so weiter, in einem PDF und so weiter, das finden Sie auch alles hier in diesem Mobile Compression SDK. Gut, das Mobile Compression SDK ist jetzt im Bereich des Luratech App Framework SDKs nur noch eine Zeile. Das steht hier unten, beinhaltet auch das Mobile Compression SDK. Aber hier ist jetzt der eigentliche Ansatz. Wie kann ich denn jetzt sicherstellen, dass ich eine schnelle Möglichkeit habe, eine, aber auch meinen eigenen Ansprüchen, genügende vom Ablauf her, von allen möglichen anderen Dingen, von der Anbindung her und so weiter, meinen Ansprüchen genügende Scan-App bauen zu können oder Scan-Funktionalität hinzufügen zu können. Wir haben ein komponentenbasiertes, will ich mal sagen, deshalb auch Framework, App Framework SDK gebaut. Das ist nur dafür da, um auf einer High-Level-Schnittstelle im Grunde genommen sehr schnell eine Scan-Funktionalität, eine Scan-App realisieren zu können, ohne abzusteigen in die Frage, wie muss ich die Kamera von diesem und jenem Device anders steuern, als die Kamera von diesem und jenem Device. Das sind Dinge, die wir in der Komponente Kamerasteuerung bereits realisiert haben und die wir auch immer weiter bauen, wo wir immer wieder die neuen Geräte anpassen und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, es ist ein Framework, es ist modular aufgebaut, das heißt, man kann die Funktionalität, wie sie in unserer App selber angezeigt ist, mit einer Dateilliste, wo ich in der lokal gespeicherten Dateilliste nochmal Dokumente wieder bearbeiten kann, mit einem ausgefeilten Camera-Control, mit den ganzen Bearbeitungswerkzeugen und so weiter und so fort. Das kann man alles anbieten, auch in seiner eigenen App und dann entsprechend konfigurieren, damit es halt in der, weiß ich nicht, CI-Farbe grün, wie sie halt bei Ihnen vielleicht ist, entsprechend auch erscheint und auch zu Ihrer App insgesamt passt. Man muss aber nicht. Man kann auch ausgewählte, einzelne Controls benutzen, beispielsweise eben zum Beispiel nur das Kamerafenster. Das Kamerafenster dient ja dazu, die Bildqualität unter Kontrolle zu bekommen. Während also das Bild aufgenommen wird, wird in diesem Kamerafenster gleichzeitig von uns permanent gefiltert und gemessen und geprüft und der User wird dann angeleitet zu sagen, geh näher ran, die Auflösung stimmt noch nicht, du musst bitte den Winkel verändern, weil wir haben hier gerade eine Reflexion, das ist ein ganz großes Problem, so ein weißer Spot von so einer Deckenlampe mitten auf einem reflektierenden Papier würde an der Stelle ja den Text vollständig ausblenden, und das kann man auch nicht mehr reparieren hinterher in dem Sinne, also versuchen wir das zu erkennen und das alles findet on the fly permanent im Kamerafenster statt, bis die Bildqualität so ist, dass wir sagen, die genügt jetzt den Ansprüchen einer automatischen Verarbeitung und dann lösen wir automatisch den Aufnahmeprozess aus. Ob Sie dieses Bild dann in unsere Dokumentensitzung reinnehmen und daraus Multipage machen wollen oder gleich übernehmen, um etwas in Ihrer App damit zu machen, das bleibt Ihnen dann überlassen. Ob Sie das fertige Multipage-Dokument dann gleich in Ihre App übernehmen oder in unserem eigenen kleinen sozusagen Dokumentenmanagement, also in unserer Dateiliste hier in der App ablegen, Ihnen dann Ihre App ablegen, das bleibt Ihnen wieder überlassen, denn das sind alles einzelne Module, die man separat auswählen kann, wenn man selbst eine smarte Scan-App mit ganz wenig Aufwand in Manntagen realisieren möchte. Jetzt, ja, Technik ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich möchte zwei, drei Worte sagen zum Aufbau und zur Herangehensweise im Grunde genommen. Wir haben da grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Also einmal ist es klar, irgendwo unten ist die Basis, die App, die Sie nun bauen, die läuft jetzt beim Kunden entweder auf einem iOS-Gerät oder sie läuft auf einem Android-Gerät. Dann haben wir Teile unseres App-Framework-SDKs, das ist sozusagen hier dieser Doppelblock in der Mitte, der sieht so aus, dass unten drinnen im Bauch sozusagen ein großer Teil des SDKs auch plattformübergreifend implementiert ist. Das bedeutet, wenn wir Verbesserungen bei den Filtern machen, im Imaging-SDK selber, wenn wir, ach gut, das ist ein sehr ausgereiftes Produkt, aber wenn wir Verbesserungen machen würden im Compression-SDK unten drin, dann sind das Komponenten, die dann sofort für sowohl Android als auch iOS zur Verfügung stehen. Das bedeutet, natürlich müssen wir dann nochmal einen Release machen, das entsprechende App-Framework-SDK für Android oder für iOS, aber diese ganzen Sachen sind dann hier well-tested und stehen immer auf beiden Plattformen dann gleichzeitig zur Verfügung. Das hilft uns natürlich auch, schnell weiterzuentwickeln. Was dann aber natürlich dazukommt, ist ganz entscheidend, denn diese Geräte unterscheiden sich ja doch sehr weitgehend von der Qualität, von der Funktionalität her in dem Sinne und natürlich auch natürlich von den Schnittstellen, die wir dann bedienen müssen, in die einzelnen Apps hinein und so gibt es sowohl für Android als auch für iOS jeweils einen Layer obendrüber, der ist spezialisiert auf die Dinge, die dann auf dem Gerät wirklich speziell sind oder unter dem Betriebssystem speziell sind. Also beispielsweise ist die Kamerasteuerung unter Android natürlich eine andere als die Kamerasteuerung unter iOS. Die Filter, die sind natürlich auf beiden gleich. Die können wir zwar anders ansteuern aus den Layern hier oben, aber wenn wir einen Filter bauen, der etwas Bestimmtes kann, dann kommt er hier in die Hauptkomponenten unten rein, ist nativ implementiert und steht dann auch auf beiden Plattformen zur Verfügung. Wie gesagt, die Steuerung obliegt dann jeweils der Spezialschicht und dann bauen Sie linken dieses SDK unter iOS oder unter Android sozusagen in Ihre Android-App oder Ihre iOS-App hinein. Das ist der normale Weg. Es gibt eine Alternative dazu und zwar, jetzt wird es noch ein bisschen technischer, aber das Wort haben Sie, wenn Sie sich im Mobile-Umfeld bewegen, vielleicht schon mal gehört. Xamarin ist eine Alternative, das heißt, wenn Sie im Grunde genommen zwar eine iOS- und eine Android-Version Ihrer eigenen App draußen im Markt platziert haben, in den beiden App-Stores, aber im Grunde genommen nur eine App mehr oder weniger entwickeln wollen, die Sie dann auf zwei verschiedene Betriebssysteme deployen. Dafür gibt es ja verschiedene Frameworks, die das abstrahieren entsprechend und ein Framework davon ist dieses Xamarin, das ist sehr weit verbreitet und sehr beliebt in diesem Umfeld, um eben Cross-Platform-Deployment, also das Veröffentlichen einer solchen Funktionalität, übrigens dann nicht nur auf iOS und Android, sondern zum Beispiel auch im Web oder sonst wo, realisieren zu können. Dieses Xamarin-Framework unterstützen wir insofern, als dass wir sowohl für die Android-Version als auch für die iOS-Version die entsprechenden Bindings zur Verfügung stellen, sodass Sie dann auch mit einer App, mit einer Programmierung sozusagen auch beide Plattformen sich hier von unserer Seite aus erschließen können und dann nicht Spezialkode vorhalten müssen für die beiden Welten in dem Sinne. Also hier an der Stelle entweder nativ Android, nativ iOS oder Xamarin und dann eben hier unterhalb ein Xamarin-Layer und hier oberhalb ein Xamarin-Layer für Ihre eigenen Apps. Das geht dann natürlich noch mal schneller, denn es ist dann so, dass Sie nicht nur nicht verstehen müssen, wie funktionieren diese einzelnen Filter, wie mache ich die Kompression, wie steuere ich das Imaging-SDK an, wann rufe ich unter welcher Plattform denn nun, welchen Filter auf, um sicherzustellen, dass die Bildqualität stimmt und so weiter. Das haben wir ja alles schon verkapselt und zusätzlich können Sie eben auch noch nochmal mehr Rapid-App-Development machen, wenn Sie Cross-Platform-Deployment mit Xamarin nutzen. Ja, steigen wir noch mal etwas tiefer ein in das App-Framework-SDK selbst. Ich habe ja schon mal angedeutet, diese Folie brauche ich jetzt, um so ein bisschen überzuleiten auf die eigentliche Idee, die ich Ihnen heute vermitteln will, die dann für mich eine Scan-App in eine smarte Scan-App erweitert, in dem Sinne, aber dazu müssen wir ganz kurz verstehen, wie ist dieses App-Framework-SDK aufgebaut. Also das Erste, was man auf dem Bild sicherlich sieht, ist, es gibt viele verschiedene Komponenten und diese Komponenten sind von Ihnen, wie ich es schon angedeutet habe, wahlweise zu benutzen oder eben auch nicht zu benutzen. In der Mitte hier irgendwo steht für uns Document Session, das heißt, das ist die Sitzung, in der Dokumente einseitig oder mehrseitig letztendlich erzeugt und versammelt werden. Der Capture Service als Modul schiebt natürlich die Images da rein. Hier ist dann natürlich ein Plattform spezialisiertes Modul, die Steuerung des Kamerafensters in einem Modul hin zu sehen und hier gibt es eine Interaktion, hier gehen die Images rein in die Session. Dann habe ich ja schon gesagt, wir können Images editieren und das können wir, das machen wir gleich, egal ob die Images jetzt gerade neu aufgenommen worden sind oder ob die Images aus dem Document Manager kommen, das heißt aus der, im Grunde genommen der Liste der Dokumente, die wir so als Startseite in unserer App selber benutzen. Das heißt, ich kann aus der Document Session hier ein Dokument erzeugen und in den Document Manager, wenn ich das will, abladen. Ich kann natürlich auch hier mich bereits mit meiner eigenen App als Schnittstelle dazwischen hängen oder ich kann, wenn ich das App Framework SDK soweit benutze, aus dem Document Manager natürlich eine Funktionalität anstoßen, wie der Edit Document heißt. Da mache ich eine neue Session auf für das Dokument und kann dann die gleichen Bildverarbeitungsschritte für dieses Dokument wieder benutzen und übrigens natürlich auch dann nachträglich nochmal aus dem Kamerafenster über den Capture Service ein Image aufnehmen, in diese Dokumentensession wieder hinzufügen, in der Sitzung an die richtige, also in dem Dokument an die richtige Stelle verschieben, bearbeiten, etc. pp. und dann wieder zurückspeichern in den Document Manager. Der kümmert sich jetzt in diesem Fall, wenn man das so voll benutzt, wie wir das in unserer eigenen App auch benutzen, auch darum, die Dokumente entsprechend zu serialisieren, also irgendwo auf dem Gerät abzuspeichern und vom Gerät auch wieder zu laden über die Liste, die hier zur Verfügung steht. Aber hier ist natürlich auch eine Schnittstelle, wo man sagen könnte, ja, okay, ich habe vielleicht eine längere Liste an Dokumenten, aber die soll gar nicht auf dem Gerät liegen, da hat die gar nichts zu tun, sondern die liegt zum Beispiel bei mir im Unternehmen in der Kundenakte. Der Kunde hat die Möglichkeit, auf das, was wir an Vorgängen gespeichert haben oder er hat die Möglichkeit, auf eine Art Konto zuzugreifen, wo die Dokumente liegen, die wir mit dem Kunden in Interaktion gemeinsam haben, zum Beispiel die letzten Anträge, zum Beispiel eine Abrechnung oder etwas, was wir dem Kunden zur Verfügung stellen, das kann natürlich hier irgendwo statt auf der Device-Disk dann über die Cloud im Unternehmensnetzwerk abgelegt werden. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Eigentlichen, was das Ganze aus meiner Sicht smart macht. Und dazu nochmal ein neues Bild. So eine Scan-App ist hochqualitativ, wenn man über das App-Framework-SDK das macht, dann hat man die Garantie, man hat super Bilder und kann diese Bilder bearbeiten und ich habe am Ende etwas, wo ich sagen kann, ja, das könnte meine Unternehmens-IT tatsächlich jetzt bearbeiten. Wenn man die App nimmt, so wie man sie runterlädt aus dem App Store, das haben wir eben gesehen, dann hat man am Ende sozusagen die Möglichkeit, schlicht und ergreifend nochmal, ja, diese Sharing-Funktionen aufzurufen. Ich will nochmal kurz angucken. Also, ich habe ein Dokument, da bin ich, also gehen wir nochmal zurück in die Dokumentenliste. Ich habe jetzt hier ein Dokument aufgenommen, das haben wir ja eben gemacht und jetzt kann ich das Dokument nochmal antippen. Das mache ich jetzt nochmal mit dem ersten Dokument, das wir eben selber aufgenommen haben und dann ist das Dokument da und dann habe ich hier oben meine drei Punkte, das kann ich übrigens auch vom PC aus hier machen, meine drei Punkte, die klicke ich an und jetzt kann ich sowas wie Öffnen mit oder Sharing machen und das sind die Möglichkeiten, die ich in der feststehenden App habe, das sind nämlich all die generischen Möglichkeiten. Öffnen mit irgendeinem Viewer oder mit einem OneDrive, dann kriege ich das in die Cloud oder mit Dropbox oder Google Drive oder wie das alles heißt. Das geht natürlich oder ich sende das per E-Mail, kann dann meine favorisierten E-Mail-Dienste oder hier ist auch noch Google Drive, das ist auch so eine Art Share-Button und der Android ist es ja nicht so super sortiert, finde ich jetzt ganz persönlich, aber da kann ich dann sharen, damit komme ich in die Cloud, damit kann ich etwas tun, damit könnte ich im Grunde genommen natürlich einfach per E-Mail an meine Versicherung, meine Bank, meinen Stromanbieter oder wen auch immer, die Behörde, mit der ich gerade interagiere, mein Dokument heraussetzen, senden, aber es kommt dann ja immer noch relativ unsortiert irgendwo im Unternehmen an. Das bedeutet, es würde sich doch eigentlich eher anbieten, auch diesen Prozess unter Kontrolle zu nehmen, wenn ich als Unternehmen so weit gehe und sage, Belegeinreichungen biete ich an. Wie kriege ich das unter Kontrolle? Na, indem ich es anbinde. Dafür haben wir auch Schnittstellen vorgesehen, respektive wir bewegen uns ja in einem Standardumfeld, was die Programmierung, die Werkzeuge, die Schnittstellen angeht in dem Sinne, sodass wir natürlich hier auf der Vorseite haben wir es gesehen, zum Beispiel hier unten nicht das Device Disk benutzen, sondern hier unten eine Schnittstelle anhängen, die letztendlich dann über Web Services meine Unternehmens-IT ansprechen kann. Und ich habe hier extra mal den Document Manager rausgenommen, also den hier unten und unterhalb dessen jetzt den Device Disk auch mal weggelassen. Das kann man natürlich auch beides machen, aber jetzt erfolgt das Absenden von Dokumenten sowie das Zurücklesen von, naja, Dokumenten, aber da kommen wir gleich auch noch ein bisschen mehr an Use Cases. Das erfolgt jetzt nicht mehr über Device Disk, sondern über die Cloud, über einen Web Service Provider aus und mit der Unternehmens-IT. Das Ganze ist natürlich hier nur ein Beispiel, wie das Ganze aussehen kann, aber wenn wir schon mit gescannten Dokumenten zu tun haben, ich habe es ja schon mal angedeutet, da wird der Antrag eingescannt oder die Belege, die zu einem Antrag gehören. Klassischerweise hätte der Kunde die in den Briefumschlag gesteckt, hätte die uns geschickt, die kommen in der Poststelle an, in der Poststelle werden die entkuvertiert, werden gebügelt, sag ich immer, dann werden die Klammern rausgemacht, dann werden sie vorbereitet, flimsige Belege werden nochmal fotokopiert und dann geht es in einen Scanner und dann in ein Capture-System und dieses Capture-System macht eine OCR, eine automatische Klassifikation und versucht, die Belege dahin zu routen, vielleicht, wo sie tatsächlich bearbeitet werden müssen, in irgendein DMS-System, in ein Archiv, in ein ERP-System und das auch nicht nur exklusiv, sondern vielleicht auch an mehreren solcher Subsysteme und dann wird ein Prozess bearbeitet in dem Sinne und wird dann allerdings nicht über das Capture-System zurück, sondern über ein Output-Management-System zurück möglicherweise ein Antwortschreiben generiert, das kommt wieder in den Umschlag, wird rausgeschickt und so weiter. Hier hätten wir natürlich jetzt mit diesem Setup sehr viel bessere Möglichkeiten der Interaktion und auch der schnellen Interaktion mit dem Kunden, ich deute mal an, so wie der Smartphone-User das heute auch erwartet, also man kann sich vorstellen, beispielsweise, es wird ein, nehmen wir mal den Reisekostenantrag, es wird der Reisekostenantrag mitsamt seinen Belegen eingescannt, der wird aber nicht auf dem Gerät gespeichert oder nicht exklusiv auf dem Gerät gespeichert, sondern diese Dokumente werden über die Cloud übertragen an einen Web-Service des Unternehmens. Hier an der Stelle noch, erstmal den Gedanken zu ändern, an einen Web-Service des Unternehmens. Diese Dokumente gehen dann in unser Standard-Capture-System. OCR gelesen, werden verstanden, man versteht, aha, Reisekosten, Abrechnung und so weiter und so fort. Daraus können dann wieder automat, und in vielen Fällen tun sie das ja auch, wieder automatische Prozesse anläufen, Prüfungen etc. pp, möglicherweise entstehen sogar sofort aus den Subsystemen heraus Antworten, die man als Dokument oder auch Daten über diesen gleichen Web-Service wieder zur Verfügung stellen kann und natürlich in so einer App hier auch wieder anzeigen kann. Und jetzt wird es smart, denn jetzt habe ich die Möglichkeit, nicht nur einen Geschäftsprozess auf dem Smartphone zu beginnen, einen beleghaften Geschäftsprozess auf dem Smartphone zu beginnen, sondern ihn auch weiterzutreiben. Das heißt, ich kann hier an der Stelle jetzt sagen, okay, ich digitalisiere ein Dokument als Endanwender, drücke auf den Knopf Übertragen ans Unternehmen, das Ganze läuft an, der ganze Prozess läuft an und ich bekomme eine Rückmeldung. Eine Rückmeldung, die weitergeht als vielen Dank für Ihre Einreichung, wir melden uns in ein paar Tagen, sondern eine Rückmeldung, die da sagt, das kann man nicht lesen. Oder eine Rückmeldung, die da sagt, haben wir verstanden, aber es fehlt noch ein Zusatzbeleg. Oder eine Rückmeldung, die da sagt, vielen Dank für Ihren Antrag, er ist bewilligt. Oder eine Rückmeldung, die da sagt, so haben wir die Daten ausgelesen und man kann sie in der App präsentieren und dem Kunden dann sagen, ist das korrekt? Und der Kunde kann zum Beispiel dann nochmal eine Qualitätskorrektur machen eines OCR-Ergebnisses, ohne dass ich da meine eigenen Sachbearbeiter heransetzen muss und das Leseergebnis korrigieren und erneut über den Webservice an uns übertragen. In dem Sinne, oder er kann auf dem Smartphone, jetzt will ich aber nicht einsteigen in qualifizierte elektronische Signatur oder solche Singeln, aber er könnte etwas zum Beispiel freigeben, indem er mit seinem Finger eine Unterschrift auf dem Bildschirm macht oder tatsächlich weitergehende Signatur in irgendeiner Form durchführt und damit kann man einen Geschäftsprozess sehr interaktiv gestalten und man kann den Endanwender sehr eng mit anbinden und ich kann vor allem erreichen, dass ich durch die gegebene Bildqualität hier, durch eine Automatisierung und vollständige Anbindung eine Bearbeitung dieses dokumentenbasierten Geschäftsprozesses so weit starte, dass ich vielleicht sogar bis dahin komme, nämlich ihn abzuschließen und dem Kunden, dem Anwender ein Endergebnis anzuzeigen oder ihm innerhalb der App dann auch ein paar Tagen später ein Endergebnis zu liefern, wenn ein Sachbearbeiter erst prüfen muss, indem man in seinen Bereich, der irgendwo hier oben sich abspielt, das ist der Bereich Kundenakte, Kundenarchiv, Kundenkommunikation, wie auch immer, da stehen die letzten Abrechnungen und die Anträge und was weiß ich alles drin, indem ich ihm ein paar Tage später eine entsprechende Antwort einstelle, die er dann auch in seiner App, in seinem eigenen Bereich, My Versicherung, wie auch immer, wieder aufrufen kann und wieder ansehen kann durch so eine Anbindung. Wenn Sie sagen, entweder sagen Sie, super Idee, machen wir sofort, denn wir haben bereits eine serviceorientierte Architektur und damit würden Sie ja nicht alleine dastehen, das ist ja in vielen Fällen inzwischen so, dass genau solche Unternehmensinfrastruktur serviceorientierten Architekturansätzen folgt oder serviceorientierte Architekturen haben in dem Sinne und dann geht es ganz schnell und ganz einfach, denn aus einem Mobil-App heraus Web-Services anzusprechen, das Komplizierteste, was Sie dazu tun haben, sind Fragen der Authentifikation, aber dafür gibt es jede Menge Lösungen. Das ist im Grunde genommen etwas, was man out of the box nutzen kann und wo wir jetzt selber darauf vorbereitet sind, das auch in Ihre App mit einzubinden. Andere sagen aber wieder, ja, das ist alles eine schöne Idee, aber ehrlich gestanden, unser Legacy-System hier, das steht da und eigentlich kommt man da auch nicht ran und so weiter und so fort. Das kann man natürlich aber auch lösen, denn man kann natürlich auch, vielleicht ist das sogar eine gute Idee, speziell für solche Anwendungsfälle hier dedizierte Web-Services anbieten, hosten, zur Verfügung stellen, die nur auch mit bestimmten Rechten auf bestimmte Teile dieser Subsysteme überhaupt zugreifen können, in dem Sinne, die man dafür vielleicht sogar extra bereitstellt, in dem Sinne, um dann auch eine höhere Datensicherheit und diese ganzen Dinge zu realisieren. Trotz und alledem erlauben, mit dem Kunden in eine Interaktion umzutreten, wenn er einen Beleg entsprechend einreicht und hier nochmal aus dem Hause Luratech eine kleine Neuerung. Sie kennen uns ja bisher, die überwiegenden Teilnehmer heute kennen uns schon teilweise lang, Sie kennen uns ja bisher vorwiegend als Anbieter von Softwareprodukten und natürlich bleibt das hier auch so, ein SDK ist ein typisches Produkt, was man bei uns auch beziehen kann und das gilt natürlich auch für das App-Framework-SDK, aber wenn Sie ein Partner von uns sind, ein geschätzter Partner von uns sind, dann haben Sie auch weiterhin die Möglichkeit als Partner zu sagen, ich nehme das Luratech-Produkt, füge meine eigenen Dienstleistungen hinzu, zum Beispiel in der Entstellung eines solchen Service-Providers, eines Web-Services in der Anbindung der Unternehmens-IT und so weiter und so fort und Sie haben über das App-Framework-SDK generell die Möglichkeit, Ihr Geschäftsmodell dort zu erweitern. Wenn Sie ein Endanwender sind, es gibt ja auch einige Endanwender, die direkt mit uns als Luratech arbeiten, dann haben wir hier jetzt auch noch neu im Angebot, dass Sie mit uns über Ihre Gesamtprojekte reden können. Wir haben jetzt eine Gruppe von erfahrenen Software-Entwicklern und Projektleuten, die gerade aus dem Umfeld Web-Services und so weiter und so fort sehr viel Erfahrung haben, gerade im Bereich Schnittstellen lösen können und so weiter und so fort sollten Sie ein Projekt dieser Art vorhaben und wissen noch nicht ganz genau, wie Sie das irgendwie hinkriegen können in dem Sinne, dann sprechen Sie uns oder konkret sprechen Sie euch nicht ganz konkret darauf an, weil wir jetzt eben in der Lage sind, über den reinen Produktverkauf, die Lizenzierung eines SDKs hinaus auch entsprechende Entwicklungsservices hier mit anzubieten, die es dann erlauben, diese Gesamtlösung zu machen, die ich unter den Namen einer smarten Scan-App dann tatsächlich verstehen würde. Ja, damit bin ich auch am Ende meines kleinen Vortrags heute hier. Ich hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, dass in diesem Umfeld eben sehr viel mehr geht, als ein Beleg abzufotografieren und abzuspeichern. Das fängt an von vergleichsweise, naja, einfach ist es nicht, einfach ist es nur, weil es schon so lange können, aber von kleinen Schritten, wie den Beleg zu komprimieren und Format zu wandeln und so weiter. Das geht über die Entwicklung ganzer Scan-Apps und das fängt an, richtig Spaß zu machen, wenn man auch daran denkt, die Unternehmens-IT entsprechend mit anzubinden. Sprechen Sie uns an, wenn Sie da in dieser Hinsicht Interesse haben, sprechen Sie mich an, meine Kontaktdaten inklusive Handynummer sehen Sie da auf dem Bildschirm und ich freue mich tatsächlich auf Diskussionen und Gespräche in diesem Umfeld und wie gesagt, bin damit am Ende meines kleinen Vortrags, 40 Minuten heute bis dato. Gelingt mir selten in der Zeit zu bleiben, aber wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, jetzt einige Fragen zu beantworten und mal gucken, was da so kam. Okay. Ich rufe die mal auf. Da kam, Moment, wo bin ich hier? Ach so, okay. Da kam unter anderem eine Frage zu den Lizenzmodellen. Ja, klar, wie immer, natürlich. Spannende Frage, was kostet das Ganze eigentlich und so weiter. Moment, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, welchen Screen Sie aktuell sehen. Ich würde das noch mal kurz starten. So, jetzt müsste es eigentlich okay sein. Sehen Sie nochmal die Kontaktdaten, während ich die Frage beantworten. Also, die Frage zu den Lizenzmodellen, die ist natürlich immer wieder beliebt, kommt immer wieder, aber der Frage, stellen wir uns auch gerade hier in diesem Umfeld, glaube ich, dass wir da auch tolle Wege gefunden haben. Wir haben hier erstmal eine ganz normale Lizenz für das SDK, sozusagen eine Developer-Lizenz. Die brauchen Sie natürlich, um mal anfangen können zu entwickeln. Also, gehen wir mal vom App-Framework-SDK aus, dann brauchen Sie eine App-Framework-SDK- Developer-Lizenz, die Sie für die Entwicklung Ihrer App natürlich in dem Sinne einsetzen. Damit haben Sie das Binary, was Sie, oder das Binary, aber damit haben Sie dann auch die Software-Komponenten, die Sie in Ihre Apps letztendlich einlinken und die eben die Funktionalität zur Verfügung stehen. Dieses SDK gibt es einmal für Android und einmal für iOS. Ich habe es schon gesagt, das sind obendrauf Layer, die natürlich pro Betriebssystem spezialisiert sind. Und diese SDKs, machen wir keinen Hehl draus, die sind natürlich auch etwas teurer als die SDKs, die Sie so von den Host-Systemen kennen, also das CSDK für Windows ist etwas günstiger als jetzt hier so ein Mobile-SDK, aber umgekehrt würden Sie auf Windows und den Host-Plattformen sehr, sehr, sehr viel mehr zahlen an den sogenannten Laufzeit-Lizenzen. Und hier haben wir uns natürlich auf diese Smartphone-Welt, App-Welt in dem Sinne sehr stark eingestellt. Sie haben kein, also Sie können das machen, aber Sie müssen kein Lizenzmodell eingehen mit uns, bei dem Sie sozusagen pro verkaufter oder pro heruntergeladener, vielleicht sogar kostenfreier App einen Obolus entrichten müssten. Das geht, das können Sie machen, wenn Sie zum Beispiel sehr, sehr wenig Anwendung haben, weil es eine unternehmensinterne Applikation ist, dann wäre das vielleicht sogar ein guter Weg, aber in der Regel haben Sie etwas wie eine pauschale Abgeltung. Das heißt, Sie haben eine Einmalgebühr und dann eine jährliche Wartungsgebühr und damit können Sie so viele Laufzeit-Lizenzenzen, so viele Kopien Ihrer Apps ausliefern, wie Sie denn irgendwie mögen und da haben wir einen niedrigen Preis, ganz niedrigen Preis für freie Apps. Das heißt, da steht sozusagen Ihr Entwicklungsaufwand und Ihr eigener Wartungsaufwand, wenn Sie das alles selber machen würden, dem gegenüber, was wir an SDK und Laufzeit-Lizenz entsprechend berechnen und wenn Sie eine App haben, mit der Sie Erträge erwirtschaften, Umsätze erwirtschaften, die also etwas kostet, dann gibt es aber auch dafür noch immer eine pauschale Abgeltung der Laufzeit-Lizenzen gegen Einmalzahlung und jährliche Wartung, die dann etwas höher angesiedelt ist, aber da haben Sie dann ja auch eine Refinanzierung durch die Umsätze, die Sie mit der App machen. Das deute ich schon mal an. Sie können mich darauf jetzt schon ansprechen, wenn Sie mögen und Sie werden es dann auch in absehbarer Zeit in ein paar Tagen in unseren nächsten E-News lesen. Wenn Sie die Idee haben, eine Smartest-Gen-App zu bauen oder generell mit dem App-Framework SDK eine Scan-Funktionalität Ihren Apps hinzuzufügen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mich anzusprechen, denn wir werden eine kleine Aktion starten. Jetzt irgendwo Anfang September für eine begrenzte Zeit werden wir dann sehr, sehr viel niedrigere Einstiegsschwellen haben. Das heißt, es ist in der Diskussion so eine Zwei-für-Eins-Angebote zu machen und beispielsweise nur ein SDK lizenzieren zu müssen, aber trotzdem beide SDKs für beide Plattformen entsprechend zu bekommen. Das werden Sie noch lesen, aber wenn Sie jetzt gerade akut Bedarf haben, sprechen Sie mich an. Das können wir auch heute schon entsprechend realisieren. Also für die, die hier im Webinar dabei sind, die haben dann einen kleinen Startvorteil, was dieses Wissen angeht über die kommende Aktion. Gut. Ich bin am Ende der Zeit angekommen. 45 Minuten sind herum. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie konnten den einen oder anderen anregenden Gedanken hier heute mitnehmen und ich freue mich jetzt darauf, mit Ihnen in Interaktion zu treten, so ähnlich wie Ihre Kunden das über unser App-Framework SDK demnächst mit Ihrer App tun können. Lassen Sie miteinander reden über Ihre Anforderungen. Kontaktieren Sie mich gerne. Kontaktdaten nochmal sind auf dem Bildschirm und ich freue mich natürlich insbesondere Sie bei einem unserer nächsten Webinare wieder begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.